Eine spezielle Karfreitagsaktion gibt es heute Nachmittag auf dem Sechseleutenplatz. Christliche Aktivisten haben mit Kreide 12'500 Männchen auf den Platz gezeichnet. So viele Menschen werden laut ihnen jeden Monat legt ihrem Glauben zu Gott umgebracht. Die Aktion soll auf die weltweite Verfolgung der Christen aufmerksam machen. Eine Bewilligung hatten die Aktivisten nicht.